Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. So, wir hatten eine kleine Pause und werden jetzt mal weiter machen. Und ich will mich jetzt nicht mal mit den Minutemen bei der Burg treffen. Das ist ja die hier unten. Das soll ja in die Richtung sein. Weil quatscht denn hier so rum? Welcher Lump. Welcher Lump quatscht denn hier? So, ist die Richtung da unten? Ah, das ist die Richtung da unten. Da müssen wir hin. Dann werden wir nochmal hingehen jetzt. Und weg. Sehr schön, Strong. Was ist das für welche? Slim. Hey, Slim. Suchst du Stoff? Ich hab alles, was du brauchst. Kommt drauf an, was du hast. Upper, Downer, was immer du willst. Ach, schön. Naja. Oh, Red Ray. Was will ich denn dafür haben? Irrer Penner. Stim-Pack ist, will ich dafür haben? Ich guck mal, wie hierher da. Slim. Was soll hier noch? Waffenfabrik. Kleber fehlt mir. Mal sehen, verlängert er. Ach, die ist gut so. Na hier. Mal ein Visier. Aber natürlich keine Teile dafür. Also nicht hier, hier liegen alle da oben. Hier liegen alle oben. Na gut. Ich hoffe, er meckert nicht, dass ich jetzt ein scheiß Ding mitgenommen habe. So, weiter jetzt. Gib her den Schrott. Oh, man findet so viele Sachen. Man kommt nicht dahin, wo man hin will. Ich werde mal kurz reingucken. Nur mal kurz gucken. Luki, Luki mal an. Alter Ort. Staub und Dreck. Und was sagst? Bierflaschen. Schrank. Schädel. Beckenknochen. Oh, fang. Ich würde ja schnell gucken, dass ich gucken konnte. Warum ich meine Mutter verkaufte? Alter Ort. Staub und Dreck. Boah, was machen die denn, dass ich so schnell sterbe? Dann krieg ich da gleich einen Raketenwerfer rein. Ich mache hier keine Faxen, Alter. Gescheuert. Ah, hier k� ich mal. So. Das ist ein kurzer Prozess, Alter. und aggisator scheiße lacht doch nach junge 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 ja holly aufgeräumt junge 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 es ist im arsch jetzt der ist auch im arsch mit sagen es ist alles im arsch der bett in aber auch gebrauchen so dass ihr wachbott der ist wie es endlich kleber ach du wirst nicht mehr gelandet das aufregend so gut gebracht gleiche verbrannt in der tolle oder was der ganze mist ist mit wenn es mir gefällt kriegt strong ja eine tür oben ziehen sehr in die treibstoff cool viel langer die zu leben jetzt sind leber sehr schön war schon alles interessante hier überall staub natürlich nicht das ist hier unten standen zu retten will ich ja scheiß roboter oh da sind noch ein paar mehr verbrannt die ganze munitionsström scheiß roboter alter ja ein ganzer mist aber mit dem dozer nehme ich mit der maul scheitaffer ja ist eine richtige unordnung kann ich den auch ich dachte ich könnte den kopf weg schießen das war noch richtig zerspringend ja ja schmack ach ja mal noch ein richtig aktivieren der sicherheitsgarantie von esters können der 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 explodiert ab allmächtiger ja voll richtig dinge alter alter ort staub und dreck oder nicht brauchen sachen wir nehmen sicher nehmen wir der rasenbär junge 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 das hier schon fühlen seltsam als ob feinde beobachten ja wenn wir beobachtet strom sehr schön so aber ich wollte doch noch die ventilator mitnehmen genau garan will ich nicht schreibt manche will ich auch nicht staubvollzeuge mit oh ja kennungsmarke wer weiß was da drauf steht nichts der mut ist der guck mal an und was ist jetzt hier auch drin aber alle diese scheiße mitgenommen mehr sehen meine zündeten augen auch nicht ja hier noch ein mehr sehen meine zündeten augen auch nicht achten wir wieder ein kreis gelaufen wahrscheinlich die kack bis mist misty kack 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 misty kack kack na los jetzt mach hin der stechflügel der zielflug insektes kommen wir auf stets an giftstachel umbarmherzig ein auch selbst den giftstachel umbarmherzig ein der alte perra der alte zuhälter hallo ach ach ich schieße die arme ab jungen 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 da runter ja was haben wir hier gar da scheiße doch so heftig so soll weg sehr wir machen tot ist allmächtiger aber auch hartnäckig die alte so da ist er weg witziger mensch seien jetzt weg ein zu laut sagen wenn diese die freiwillig sehe ich hier die alte hure ich dachte mir freundlich steht da so rum geschafft ach ja auch nur schrott klasse so wie sie gesünd gut toll was war das jetzt hier mischt was ist mit dem Panzer kann man damit fahren schau ich auch nicht so wie das Ding aussieht hier richtig Delfinen oder was mal nein 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 komm wieder raus alter komm jetzt wieder raus stell dich so an da auch da das war jetzt wieder ein kackvogel jungen so ein kackvogel na gut jetzt aber bitte weiter zur burg man könnte die markierung setzen wo sie denn jetzt in die richtung mit dem cool möchte ich aber nicht die burg da lang komme ich hier noch schön über das grafik fehler wieder schön schön buntes auto na gut wenigstens in der ferne stimmt jetzt hier nicht ja aufnahme läuft doch alles gut ich war gerade bin ich verwirrt da oben habe ich schon den gewehrlauf gesehen legen wir das ist mir noch nie passiert da ist ein meister gefunden ja man hätte eine schöne kampfrüstung gehabt wo ist ein strong jetzt hin inventar ich glaube ich habe jetzt voll die scheiße aufgenommen hier ledergewehr ablegen kleidung besser die gelehrte hässung oder die ist auch nicht schlechte so die nur um einer soll fallen stärkte kampfrüstung wir sind nackig hier dann müssen wir nochmal die leichte kleidung von ihm auch entziehen wir wollen ja hier nicht nackig rumlaufen ohja trink mir noch zu viel 2 kg das habe ich jetzt weg blättergranaten habe ich voll viele 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 was ist hier kampfschützengewehr so jetzt habe ich nicht mehr zu viel ich habe keine Handschuhe mehr schade und wieder verlaufe ich mich hier und ich wollte einfach nur zu der der burg und die mit dem enttreffen mhm was ist denn hier los yeah perfekt sehr schön Mensch warum du ansehen Wörter was sie dir sagen cool Wörter strong oh kann ich mal hochspringen du Lumpensack so jetzt aber weiter zu Dings wenn ich da auch keinen Punkt setzen kann das trotz mich auch ein so hier ist auch noch mal was großes so wie es aussieht ja das war es nicht weg endlich 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 mein treffer blablabla da geht das ding zum boden hier ist auch nichts mehr tolles geht weg mit dem scheiß Hose irgendwie nicht klärwand super klär und weg mit dem vieh das ist ein bisschen doll runtergefahren hast du was ist hier jetzt die scheiß Burg hä selbstmörder doch bestimmt wo habe ich denn mein scharfschussengewehr doch kannst du mit da du musst du irgendwo eine miniatur bombe haben dann das das der seien doch doch ich hätte nicht wollen wir nicht ja 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 du hast ja 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 du hast ja 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 das ja 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 oh geiler treffer das war ein geiler treffer ich komme mit strong wir räumen eure kleine party auf hier mal guck nach ob sie was interessantes hatte hier drüben ich bin erschreckt aber kommt er denn her die habe ich gar nicht gesehen was ist hier los oder ist hier die partie die scheiß typen jetzt muss ich noch was ablegen die zuvor gepackt inventar er kann mit also im kapitel die ganzen typen Das ist jetzt hier an der Verti-Bird, hier oben sitzt er. Oh, schon wieder was, oder was? Na ja. Nö, heute nicht. Wo ist unser Strom jetzt? Ach, das ist ein Ghoul. Kannst du die Treppe an die hochgehen, oder was? Oh. Schnappt er was nützliches? Na mach auch. Aha, na gut. Hier. Wo ist jetzt hier die Burg? Die muss jetzt hier irgendwo in der Seele sein. Muss ich einmal so rum? Oder was? Ja. Hier entlang. Ist hier ein Tümpel? Korrekt. Muss ich einmal um den Tümpel rumlaufen. Gewinnbrauerei. Cool. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Oh, es macht mir dieses Tor. Fuckt mich ab. Nee. Ach so. Ach so, das ist ein Schwacher. Miracle oder wie die heißen. Eier. Geh nicht kaputt. Geh nicht kaputt, die Hoden. Boah, was ist denn das da oben? Ich weiß es nicht. Ist das hier die Burg, oder was? Nö, noch nicht. Das ist eine Brauerei. War auch schön. Diese Burgutanten. Hab ich viel in der Bombe gehört? Piep piep piep. Piep piep piep. Piep piep piep. Strang, komm mal her. Was? Schau es dir an. Guck nach, ob da was ist. Dann komm mal her, dich Strang. Mein, du wie du tröbelst hier da rum. Level up. Sehr schön. Das machen wir zuerst. Oh. Und dann wieder. Oh, das leckt hier schon wieder rum. Das ist ja so Mäuselmelkisch wieder. So, den Level up. Was machen wir denn mal? Ja. Die kann, äh, immer rein mit dem guten Zeug. Du bist, per, nicht der früh durchschade. Kampfhund. Ne, ne, ne. Große und schwer. Durch viele Übungen erfährt die für 50% mehr Schaden. Räger Hand. Ja. Das möchte ich gerne. So, an der Stelle bei der Onkante. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu. Fallout 4. Tschösen.